Gerade eben vorgestellt, das brandneue Motorola Razr 40 Ultra. In diesem Video schauen wir es uns an. Hallo, ich bin Stefan von Brodders. Und ich bin Markus von Brodders. Ja, Markus, was hast du denn heute für ein brandneues Produkt dabei? Ja, von Motorola, das Razr 40 Ultra. Sehr gut. Und ich habe es auch schon vor mir liegen und muss sagen, wow, bin wirklich beeindruckt. Und super kompaktes Design, fühlt sich super hochwertig an. Was auffällt, ist, dass man hier auf der Vorderseite so eine leichte Verspiegelung hat. Das Display ist unglaublich groß. Da kommen wir gleich noch dazu. So groß, wie man es vielleicht von dem Foldable bisher noch gar nicht kennt. Und auf der Rückseite haben wir welches Material? Ja, das ist veganes Leder. Ja, und da seid ihr jetzt gefragt. Wir haben das letzte Mal bei Motorola euch schon gebeten, in den Kommentaren mal zu hinterlassen, was ihr glaubt, was veganes Leder ist und wie ihr das findet. Insofern kommentiert das dringend mal. Ja, von der gesamten Erscheinung echt hochwertig. Hier oben steht nochmal Pantone. Das ist also Viva Magenta, so die aktuelle Farbe des Jahres. Das ist ja diese Kooperation von Motorola. Und ich würde sagen, jetzt lüften wir das Geheimnis mal und machen es mal auf, oder? Genau, schauen wir mal. Also, einmal aufgeklappt und wow, da kommt ein riesiges Display zum Vorschein. Und es ist ein super schlankes Design. Markus, wie dick ist das Telefon denn? Also knapp 7 Millimeter. Im aufgeklappten Zustand. Also ich drehe das hier nochmal, dass ihr das in der Kamera auch seht. Und wenn man es jetzt nochmal zuklappt, dann ist es wie viel insgesamt? Ja, also knapp 15 Millimeter. Also wirklich sehr, sehr dünn. Und du hast auch fast keinen Spalt. Super kompakt und also auch hier von der Verarbeitung wirklich total hochwertig. Und wenn wir jetzt im aufgeklappten Zustand uns das nochmal anschauen, dann natürlich sieht man und merkt man hier diesen Knick. Aber wirklich, also ich würde sagen, das beeindruckt irgendwie schon sehr, wenn man das irgendwie so sieht. Und vielleicht kann man es mal zeigen, wie dann auch die Apps scrollen. Also das ist wirklich super flüssig und das ist also überhaupt gar nicht behindert. Also wirklich klasse. Was haben wir denn für ein Display verdaut? Wir haben 6,9 Zoll am OLED-Display mit 165 Hertz. Wow, das ist ja wirklich top, top. Und wenn wir uns dann nochmal anschauen, das Front-Display, Markus, da hatte ich ja vorher schon gesagt, das ist sehr groß. Was ist da? Also 3,6 Zoll und auch 144 Hz am OLED-Display. Und was ich besonders beachtlich finde, ist, dass wir hier ein Display haben und hier das Haupt-Display und das insgesamt ja nur knappe 7 Millimeter sind. Also das ist schon wirklich eine echte Leistung. Dann vielleicht eine Sache noch. Normalerweise kennt man ja, dass der Fingerprint-Sensor unter dem Display ist, Markus. Das ist hier, glaube ich, anders gelöst. Genau, das ist hier diesmal an der Seite haben wir den. An der Seite ist hier eingebaut. Okay, dann lass uns doch mal die Kameras näher anschauen. Also wir haben hier natürlich die beiden Hauptkameras und im aufgeklappten Zustand die Frontkamera. Aber die Hauptkameras, wie sind die ausgestattet? Also wir haben eine 12 Megapixel Hauptkamera und eine 13 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera. Okay, und das ist natürlich schon auch was ganz Besonderes bei so einem faltbaren Telefon, wenn man mir jetzt hier, das zeige ich jetzt mal, auch die Kamera anmacht und dann wieder faltet. Dann geht also hier der Kamera-Ausschnitt tatsächlich nach oben. Und jetzt gibt es noch was ganz Witziges. Man kann nämlich hier, kann man die Kamera-Vorschau auf dem Außendisplay anmachen. Also das heißt, man sieht das dann, wenn man das Gegenüber fotografiert, dass hier die Vorschau drauf ist. Und es gibt jetzt dann noch hier Smileys, um dann besonders gute Ergebnisse zu erzielen. Also auch ganz witzig. Und dann gibt es eine Sache, die natürlich irgendwie wie so ein eingebautes Stativ ist. Man kann das Telefon einfach vor sich hinstellen und dann lass uns mal zu der quasi Innenkamera kommen. Die ist ja auch ganz gut ausgestattet. Ja, die hat 32 Megapixel sogar. Also das ist die stärkste von der Auflösung hier am besten. Ja, wobei die Ergebnisse der Außenkameras auch gut sind. Und wie man sieht, Smiley Detection. Das heißt also quasi Selbstauslöser in dem Moment, in dem jemand freundlich schaut. Okay, das klappt gut. Ja, damit auch hervorragend geeignet zum Beispiel für Videotelefonie oder Teamscores. Da kannst du das Telefon vor dich hinstellen und kannst dann damit auch arbeiten. Das finde ich wirklich smart. Gute Kameras verführt ja, dass man das Telefon relativ häufig nutzt. Was dann wieder in dem höheren Stromverbrauch mündet. Und in so einem kompakten Design, Markus, ist denn da ein vernünftiger Akku verbaut? Was ist denn da an Bord? Ja, also ich würde sagen, ganz okay mit 3800 mAh. Wir haben eine 30 Watt Schnellladdefunktion auch und 5 Watt Wireless Charging. Ja, und ich greife auch mal kurz zur Seite. Da ist also auch wirklich das Schnellladdegerät im Lieferumfang mit dabei. Dann ist die Frage, was haben wir für Chipset an Bord? Den Snapdragon 8 Plus, Generation 1 und natürlich dann auch 5G fähig. Okay, das ist klar. Ganz wichtig ist ja dann immer auch, mit welchem Betriebssystem wird es ausgeliefert, mit welchem Android und wie sieht es mit den Sicherheitsupdates aus? Genau, also wir haben das Android 13 natürlich on Bord und wir haben vier Jahre Sicherheitsupdate und drei Jahre OS-Update. Gültig ab, ich sage mal, Juni 2023. Okay, also wirklich zukunftsorientiert, weil da eine ganze Menge dann auch funktioniert. Zukunftsorientiert muss natürlich, ihr wisst es ja, auch immer der Speicher sein. Was haben wir denn da verbaut? Also vorweg, also keine Speichererweiterung. Wir haben 8 GB Arbeitsspeicher und 256 Speicher. Okay, und bei dem SIM-Karten-Slot, da haben wir vorher auch nochmal nachgeguckt, der ist tatsächlich kein Dual-SIM, obwohl das Gerät Dual-SIM ist. Das heißt also, man kann eine Nano einsetzen und das zweite ist dann... Eine eSIM. E-SIM, genau. Ja, was kann man sonst noch sagen? IP-Zertifizierung ist vielleicht noch spannend. Hat das Produkt an Bord. Welche Kategorie denn? IP52. Was jetzt für so ein Klappprodukt durchaus ganz ordentlich ist. Und wie bei allen Motorolas gibt es hier natürlich auch eine witzige Funktion mit an Bord. Welche denn, Markus? Die Moto-Gesture haben wir auch. Und die versuche ich jetzt gleich mal vorzuführen. Also wenn man zweimal schüttelt, geht die Taschenlampe an und auch wieder aus. Und was natürlich jetzt hier in dem Zusammenhang bei dem Produkt superklasse ist, zweimal drehen und schon ist die Kamera an. Und das macht natürlich total viel Sinn. Ja, abschließend dann sicherlich das Wichtigste. Was muss denn der Kunde für das Produkt anlegen? Ja, der Preis liegt bei 1.199 Euro und ist ab sofort verfügbar. Ja, also wir sind ganz gespannt, wie ihr das Produkt findet. Und die große Frage ist natürlich, liegen Klapptelefone im Trend? Wird das die Farbe des Sommers? Also kommentiert fleißig und Kanal abonnieren und natürlich nicht vergessen Glocke setzen. Und wir freuen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.